Es ist Donnerstag. Ein grauer Fleck legt sein Gepäck auf das PVC. 4,5 Millionen Euro. Und er blickt über die Stadt und dann kommt ihm dieses Wort in den Kopf. Hyperinflation. Die wenigsten wissen, Bergstum existieren nicht. Die Tauben füttern, ich soll für diese Parasiten Geld ausgeben? Und dann hängen die hier und scheißen alles voll. Das hier, das sind Stücke ihrer persönlichen Freiheit. Geld arbeitet für sie, anstatt dass sie das tun müssen. Ich kenne deine dummen Hobbys, ich kenne auch deine engste Angst vorm Fliegen, Angst nachts zu kacken. Unsere wichtigste Ressource ist Zeit, nicht Energie. Weil die Krise mit dir Geld hilft keine Wirtschaftsstrategie. Es geht nicht um Geld bei alledem, es geht um Vertrauen. Wir müssen uns neu aufstellen, ganz neu. Wir kommen neu zu Europa. Ich rufe dich. Wollen wir mal sehen, wie glücklich Sie und die Welt sein werden mit Hyperinflation. Wollen wir mal sehen, wie glücklich Sie und die Welt sein werden.